Ich könnte nicht glücklicher sein, dass ich sehe, dass ihr all diese Produkte habt, also dass Artemisia gegen all verschiedene Arten von Krebs kreiert die Proxine und tötet diese. Es attackiert die Krankheitserreger. Omega-3 schützt den Patienten. CoQ10 schützt das Herz. Aber es wird benutzt für Leberversagen. Herzversagen. Nierenversagen. Jedes Mal, wenn Organe komplett versagen. Salvestrol. Macht das Gift in Krebszellen so harmlos wie Wasser. D3 und K2. Herz, Knochen. Das ist Prävention gegen den Krebs. Omega-3 Krillöl. Omega-3 Krillöl. Beschützt das Herz sehr effektiv während der Bestrahlung. Gut für das Hirn. Für eine bessere Erinnerung. Und viele weitere Dinge. Sehr ein gesundes Produkt. Und viel sauberer als Fischöl. Grape-seed. Trauben-Kern. Grape-seed. So, ja, Asthma. Gegen Asthma. Stroke. Gegen Hirnschläge, Herzinfarkt. Cancer. Wieder allgemeine Krebsbehandlung. Und so viele andere Dinge. Es ist einfach ein wundervolles, präventives Mittel gegen diverse Dinge. Curcuma. For inflammation. Curcuma. Gegen Entzündungen. All inflammatory diseases. Alle Arten von Entzündungen. Arthritis. Arthritis. Cancer. Krebs. Especially with green tea, grapeseed, quercetin. Wie wir besprochen haben, in Kombination mit Grün-Tee und mit Curcuma, Grün-Tee und Trauben-Kernen. The top five medicines I use for cancer of this type, not to drugs or injections. Die fünf häufigsten Mittel, die ich benutzt habe gegen Krebs. Green Tea. Curcuma. Grape-seed. Trauben-Kerne. Quercetin. Quercetin. Endo-3-Carbonyl. Und Endo-3-Carbonyl from Cabbage. Ja, from Kohl. Und das Emu-Öl gegen Narben oder Schnitte. Ich habe alle diese Dinge bei mir zu Hause auch gelagert. Und wir verkaufen sie auch in der Apotheke und wir haben viele und diese werden auch immer wieder viel gekauft und verkauft. Meine Patienten machen meine Werbung, weil es ihnen besser geht. Und dann muss ich gar keine Werbung mehr machen. Es ist wie ein Riesenplakat überall in jeder Stadt. Geht's dir nicht gut? Geh zu Dr. McKinney. Ja. 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 Ja.